288 euro pro tag und das alleine mit musik anhören und diese musik bewerten ganz ganz einfache aufgabe also kann sie jeder macht und da wir sowieso jeden tag vermutlich mehrere stunden musik hören ist das eine aufgabe sehr sehr einfach zu bewältigen ist ja das heißt pro aufgabe wird es vielleicht nur ein paar minuten und kann es damit wirklich 288 euro oder mehr pro tag verdienen ich zeige dir ganz genau die verschiedenen apps die website alles was du benötigst also jeden einzelnen schritt mit das ganze auch für dich umsetzen kannst deswegen würde ich sagen bleibt bis zum ende des videos und wir starten direkt mal rein und zwar gibt es hier diese app die kannst du hier im app store runterladen geht es auch für android und zwar current rewards da kannst du musik eben anhören das wird kannst auch aussuchen welche musik du auch bevorzugt auch nur diese musik ausgespielt wird die du auch gerne hast du hast hier die möglichkeit verschiedene sachen auszuwählen wenn uns ganze gewählt hast kannst du dann auch sagen okay nimm diese musik richtung oder skippen und dann weiter gleich zur musik rüber gehen das geht natürlich auch wenn du dann das ganze auch anhörst in der musik dann ist es so dass wenn du sie anhörst und das auf stumm schalten möchtest erkennt das programm natürlich das und sagt hey du hast ganz auf null runtergefahren die lautstärke deswegen kriegst du auch kein geld also wird es auch nicht irgendwie gewertet ja und das müssen natürlich vermeiden das heißt du sollst schon natürlich die musik auch anhören wenn du diese musik anhörst bekommst du auch immer wieder punkte für die jeweiligen songs die du auch angehört hast heißt je länger du anhörst und mehr punkte gibt es natürlich dann bewertest du das ganze natürlich sagt hey das gefallen welche erfahrung hast du mit diesem radiosender oder oder gemacht und es eigentlich ziemlich ziemlich easy zu tun so wenn das ganze ist für dich nicht funktionieren sollte weil es ab und zu mal ein thema gibt ein problem gibt weil du aus deutschland bist dann gibt es einfach ein vpn den nutzen kannst war free vpn bei free vpn.org vollkommen kostenlos kannst du einfach nutzen es gibt es auch für app store und es gibt natürlich auch android stores heißt damit dieser app kannst du nun auch entsprechend hier vpn einschalten dass es in amerika gibt gibt auch andere tools aber das ist eines der besten weil es einfach eben kostenlos ist und damit kannst auf jeden fall ein geld verdienen wenn du sagst okay bis auf ich will jetzt hier geld verdienen mit dieser app dann gehst du einfach klickst auf start earning und du bekommst dann diesen bildschirm nicht eingeblendet ist dass du eben ja berechtigt bist damit geld zu verdienen so wenn das ganze nun berechtigt bist dann geht es darum dass du bestimmte tasks durchführen kannst um noch mehr punkte zu bekommen ja sei es dann irgendwelche videos anzuschauen oder umfragen durchzuführen oder dich zu registrieren das herunterzuladen oder 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 es gibt verschiedene möglichkeiten also wie damit wirklich auch noch mal zusätzlich mehr punkte bekommen diese punkte sind natürlich dann dafür da dass du damit geld verdienst und die kannst du später auch umwandeln in verschiedene gift card also karten die du als gut haben karten zu paypal amazon sonstiges und die kassen einlösen natürlich auch einiges an punkten dafür bist du das auch wirklich erreicht ja zum beispiel hier bei paypal aber für einen dollar brauchst du fast 10.000 punkte was natürlich nicht ganz so einfach ist und so schnell funktioniert ja deswegen gibt es natürlich auch noch weitere methoden bessere methoden ja und zwar zum beispiel hier und zwar mit playlist push playlist push ist dafür da dass man mit seinen musikstück entsprechend reichweite bekommt ja mit künstler was gibt so ganz viele lieder ganz viele songs und einfach gesehen wir so um das geht hier zum beispiel playlist push können hier eine kampagne starten damit eben eine reichweiten kampagne auf dieser platz von eben buchen und damit das ganze funktioniert brauchen sie natürlich auch verschiedene playlisten und andere menschen und influenza die das wir pushen so jetzt kommst du hier mit ins spiel das heißt du kannst als curator natürlich hier mit teilhaben teilnehmen und muss eine playlist hier entsprechend hinzufügen so gibt es natürlich verschiedene ja creators die mitspielen und auch das machen und sie ist es aktuell über 150 millionen reichweite haben können ja so wie geht das ganze überhaupt ist ganz einfach du gehst entweder nach unten oder nach oben je nachdem muss da steht und sagt okay bis auf hier playlist creators ja kann es auch ganz oben hier gehen creators sein ab sagst du hier playlist creators da kriegst wir drauf und bist hier bei make money from your playlist was nun tun kannst du siehst es auch hier bekommst bis zu 15 dollar pro song wenn man das ganze nun ist hier eine taschenrechner her holen so taschen ist hier 15 dollar pro song ja sagen wir haben dann zwei stunden zeit ja zwei stunden und 20 minuten durch sagen wir fünf minuten pro song hätten 24 songs 24 songs mal 15 dollar sind 360 dollar an einem tag wenn das ganze hier mal fünf machst 1800 dollar ja zeit also in der woche 1800 dollar das wird natürlich sehr sehr viel an ja das muss auch wieder auch tun und das ist das thema das tun halt denn wenigsten dass wirklich war die ganze zeit ja so also 15 dollar pro song also und du kannst sofort auszahlen auf deine bank oder paypal geht auch ja so fort ist somit als verschiedene andere künstler und für das natürlich noch richtig coole tracks die vielleicht andere noch gar nicht haben oder gar nicht gehört haben also auch noch für dich und deine persönliche liste jetzt natürlich die frage wie wirst du so ein verify playlist push creator ja da muss ein paar sachen natürlich erfüllen zwar brauchst du followers aktive zuhörer und durch eine organische reichweite und wachstum und natürlich als person identifiziert werden muss wie funktioniert das ganze ganz einfach du musst es hier deine bewerbung einschicken du hörst diesen song an und du wirst diesen song auch bewerten wenn das ganze gepasst hat also gemacht hast dann wirst du auch entsprechend dafür bezahlt natürlich ist es auch abhängig ob du so viele songs bekommst damit die zwei stunden voll ausnutzen kannst pro tag das ist natürlich davon abhängig das darf man nicht vergessen okay so was macht man also nun man geht es hierher und sagt okay became a curator da klickt jetzt mal drauf became a curator und dann siehst du musst hier ein paar sachen eingeben ja der name e-mail-adresse aus welchem land du kommst deine telefonnummer müsste ich kurz in dich zum verification code auch nur setzt besenden kannst du bist ja und natürlich in der playlist der spot für playlist so das wäre halt der erste schritt um dahin zu kommen und wenn du dich für smart investieren oder auch geld verdienen interessiert das auf jeden fall diesen kanal abonnieren und die glocke aktivieren weil ich hier dreimal die woche interessante videos veröffentlichen zum thema online geld verdienen und geld investieren jetzt sagst hey ich habe eine playlist auf spotify aber die ist nicht so groß dann kannst du hier sound plate nutzen und die helfen dir dass du deine playlist entsprechend schneller wachsen lässt ja das heißt sie werden hier leute finden die dich abonnieren der playlist abonnieren und zeigen einfach anderen menschen doch was muss dafür tun ist eigentlich ganz einfach du kannst hier dich einfach anmelden und damit du deine playlist hier auch einschicken kannst ist ganz einfach du klickst hier sagt mit play music to playlist dann gehst du hier sagt mit music free sondern klicken wir drauf und dann sollte runter scrollen ja du musst jetzt mal hier schon soll muss hier das draufklicken klick hier to add your music playlist so dann gehst du runter und du siehst hier gibt zwei verschiedene möglichkeiten dass du hier auf dem schnellen weg deine playlist ja damit bekommt auch prüf bekommen 15 dollar kostet das ganze ja weil das schnellere weg ist du kannst aber auch joining waitlist machen weil die haben aktuell sehr sehr viel ja leute dieses einschicken logischerweise also muss ich kann es auch hier sagen join der waiting list und kann sein es einfach länger dauert kann halt eine woche dauern kann zwei wochen dauert bis du akzeptiert wird oder eben nicht wichtig ist natürlich dass sie auch hier das prüfen wäre es also werden nicht einfach irgendjemand einfach ist beliebige playlist nehmen und es hinzufügen sondern die prüfen das ganze natürlich auch dass es auch passt ja es gibt also keine garantie zur playlist hinzugefügt wird auch ganz wichtig zu wissen also wenn das ganze gemacht hast dann kannst du auch schon damit eben wenn du die tausend follower erreicht hast kannst du dann eben bewerben und damit auch entsprechend geld verdienen jetzt die frage wie erstellst du deine spotify playlist dann kannst einfach du gehst zu spotify sagt hier links namens spotify erstellen feldes erstellen wenn du es geklickt hast dann siehst du hier aber zum beispiel heißt die dann produktiv music kannst du einstellen da kannst du auch jeden namen ändern kann die beschreibung hinzufügen kann ein foto hinzufügen was ich dir auch empfehlen würde wenn das ganze wirklich sinnvoll betreiben möchte ja wenn das ganze dann gemacht hast dann kannst du hier sagen hey suchst auf produktiv music oder was auch immer ja vielleicht auch die pause oder was auch immer du halt möchtest kannst dann suchen und kannst das alles dann hier hinzufügen ja sie zum beispiel kannst hinzufügen 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 nach so einer playlist eben zusammen und wenn du eben diese tausend follower hast dann kannst du das ganze auch entsprechend dann auch wirklich ein reichen ja es macht also keinen sinn wie vorher schon zu machen sondern hinzugefügt hat ich würde empfehlen so 50 150 songs hinzuzufügen besser 100 plus ja dann kannst du das später entsprechend auch das auch bewerben und 1000 verlor hast kannst du dann deine liste nehmen und kannst entsprechend hier wo sie sagt haben hier bei playlist push auch wirklich ein reichen hier auf became a curator ein klicks und dann hier entsprechend diese sachen ausfüllt hier findest du auch die requirements was du brauchst um so ein kurator zu werden siehst du auch hier minimum 1000 followers per playlist also deswegen brauchst du auch wirklich diese 1000 follower deswegen auch vorher der push ja was er eben machen muss aber das ganze eben funktioniert so wenn es das eben gemacht hast also du weißt welche anfangen da sind 1000 follower hast dann kannst du eben sprechen hier auch ein reichen den wir hier ein spotify url hinzufügt und dann auf continue klickst und dann wird eine liste entsprechend eingereicht und sie prüfen das ganze und das ganze passt dann bekommst du diesen also möglichkeit damit entsprechend 15 dollar pro song zu verdienen was natürlich auch ziemlich cool ist wenn auch wirklich da genug songs rüberkommen macht es auch richtig richtig spaß also pro tag pro woche pro monat ordentlich an geld verdienen kannst